Gegen Mittag schlagen Rassisten den Demonstranten, die Andrew Harris in einem Parkhaus neben einer Polizeiwache mit Stöcken, Rohren und Brettern zusammen. Um 13.45 Uhr wird aus der Schlägerei ein Terrorakt. Ein grauer Dodge rast in eine Gruppe Demonstranten. 20 Personen werden verletzt. Die 32-jährige Heather Heyer stirbt. Untertitelung des ZDF, 2020